Hi Leute, heute bekommst du von mir drei leckere, rohe, vegane und gesunde Gerichte. Gerade für die Umstellung super lecker und wer sich ein bisschen Urlaubsfeeling in die Küche holen möchte, die drei Rezepte, das waren meine drei Lieblingsrezepte, die ich bei der Umstellung am Anfang hatte. Und wir hatten die damals in Thailand, war echt cool, auf Koh Phangan, super schöne Zeit gewesen, mit Freunden dort verbracht. Und Marielle und Markus, beziehungsweise Joachim von Kodokamera, die hatten die hauptsächlich ausgearbeitet und immer wieder verfeinert. Ja, hauptsächlich Markus. War echt super, super Zeit, hat voll Spaß gemacht. Und ja, die drei Rezepte, welche das sind, siehst du unten drunter. Unten drunter ist ein Link, die gibt es jetzt als Geschenk eben für dich, als Willkommensgeschenk. Einfach unten drunter auf den Link, ja, kriegst du kostenlos meine drei Lieblings-Teigerichte. So, das war es eigentlich schon. Wollte ich nur kurz loswerden. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und viel Genuss, viel Spaß beim Probieren. Und einen schönen Tag dir noch. Mach's gut. Ciao.